Also, was führt dich nach Pride Home? Oh, du suchst also nach der Arche? Weißt du, die meisten halten die Arche für einen Mythos. Um ehrlich zu sein, ich suche auch nach ihr. Ich habe gehört, es gibt in diesem Dorf eine Steintafel mit Geheimnissen über die Arche. Habt ihr gesehen, da oben war gerade noch... Was für ein glücklicher Zufall! Vielleicht können wir zusammenreisen und... Oh! Ja jeez... Halt doch! Ja logisch... Nein, nein, nein! Jeeeeeeeeeeee! Helfen den armen Jungen. Arme. Ja bitte gerne. Oh, wo hätt's hin? Ich glaube das war der letzte von ihnen. Meine Güte, bist du nicht verletzt? Das will ich nicht. Ich bin nicht so froh, dass ich gemerkt habe, dass wir den Gestalten haben, mich im Pride haben noch nie gesehen. Meine Räder, wo ist denn die Zeit her? Meine Leute waren schon, als ich eingetroffen bin. Jetzt ist er hoch. Hallo, grüß Gott, hallo. Überspringen, so. Jetzt ist er hoch, muss ich. Hallo, grüß Gott, hallo. So, gehen wir mal rein da. Spürt die Wärme des Lichts. Müsst ihr da gerne durch. Und werdet geheilt. Der Schmerz ist weg. Vielen, vielen Dank. Es ist unglaublich. Er hat so viel Energie. Die Göttern. Annas Wunden sind geheilt. Oh, du bist es. Du bist hier. Pater Varud, dieser Abenteurer hat mein Leben gerettet. Oh, das wart ihr also. Ich kann die Güte spüren. Meine Begleitung sucht ebenfalls die Arche. Oh, ist das so. Dann haben wir viel zu besprechen. Flammgranate. Flammgranate nehmen wir mal. Passt. So, jetzt haben wir alles. Was ist denn das? Ziehen und Ablegen. Kann ich... Ich muss die aktivieren. Um sie zu nutzen. Das überlegene Heiltrank. Nehmen wir mal auf die 5. Hallo, ich möchte gerne... Wie geht das nicht? So. Wie geht auch nicht liegen? Was ist das? Aha. Was liegt jetzt schon da? Jeder. Eine magische Hälfte, die Tote zurückbringt. Ha, 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 ha. Zerlegen. Passt. Okay, ich muss erst noch ein bisschen damit klarkommen. So. Ist dies die Tafel? Ja. Anscheinend schon. So. Niemand weiß wirklich, wie dieser Teil der Steintafel verschwunden ist. Gehen wir mal davor schauen. So, jetzt sind wir wieder draußen auf dem Marktplatz. Du hast doch Pater Armee gerettet, richtig? Ja. Es ist gleich Zeit für den Gottesdienst. Danke, dass du Pater Armee gerettet hast. Quest. Bring die Blumen bitte zur Bäcker. Siehst dich blödweise auf dem Platz. Okay, machen wir das mal. Wo ist die Bäcker? Wo ist die Bäcker? Gehen wir mal zu ihr und geben ihr die Blumen. Wo ist die Bäcker? Da drüben ist sie. Das ist heute etwas Aufregendes. So. Abschließen. Blubdusche. Dekortige Blüten für ein leeres Blumenbeet mit Blumen. Abschließen. Jawohl. So. Jetzt schauen wir bei dem da oben, was der da noch hat. Gibt es Neuigkeiten? Ich sehe in letzter Zeit sehr viele Abenteuer. Alles dreht sich. Die andere Hälfte der Steintafel in der Kathedrale? Ich wusste nicht mal, dass es... Die andere Hälfte der Steintafel in der Kathedrale? Ich wusste nicht mal, dass es nur eine Hälfte ist. Annehmen. Dann machen wir wieder raus. Pride Home ist eine Stadt voll religiöser Geschichte. Und? Gibt es Neuigkeiten? Keine Ahnung. Gibt es Neuigkeiten? Gehen wir hier die andere Seite der Kathedrale? Das sieht ziemlich schwer aus. Die Steintafel in der Kathedrale? Oh, die Platte auf der etwas über die Arche steht, richtig? Echt naiv, wenn du an so eine erfundene Geschichte glaubst. So, da ist es heute wieder was frei. Passiert heute etwas Aufregendes? Was ist der da? Pokémon. Oh, du suchst also nach der Arche? Ja. Steintafel? Oh, die Steintafel. Ich war dabei, als sie weggebracht wurde. Aber ich kann mich nicht genau erinnern, was damals passierte. Warte. Nal war an dem Tag auch da. Er besitzt eine sehr gute Beobachtungsgabe. Vielleicht ist dir mal etwas aufgefallen. Ach, wie ich sehe, hast du ein Abenteuerfolianten. Du hast aber noch gar nichts daran aufgezeichnet. Lass mich dir zeigen, wie du ihn benutzt. Jetzt klicke auf den Aussichtspunkt bei der Kathedrale, um ihn in deinem Abenteuerfolianten festzuhalten. Die Erinnerung bleibt zu einem Leben lang erhalten. Geh die Treppe in den hinteren Teilen bis nach ganz oben. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Was für ein schönes Wetter. Okay, jetzt genieße ich mal ganz kurz die Aussicht. Schön. Was haben wir denn da? Ein Mokoko-Samen. Habe ich ja gerade so. Und da runter, wie heißt da Raden? Raden heißt, hieß da Raden oder Roden? Ruden. Gute Arbeit. Jedes Mal, wenn du den Folianten ausfüllst, belohnt dich die Gesellschaft. Warum? Als Dankeschön dafür, dass du die Informationen für zukünftige Abenteuergenerationen sammelst. Warum denn sonst? Solltest du also Informationen über die Arche in Erfahrung bringen, halte die in deinem Abenteuerfolianten fest. Willst du noch etwas von mir wissen? Ach ja, richtig. Du wolltest wissen, wo Null ist. Ich wette, dann steht ihr wirklich vor dem Triporter. Ich brauche eine Muse. Könnte ich doch nur jemanden bei einem total unglaublichen innovativen Akte Kreativität zusehen? Bist du einer von der kreativen Sorten? Natürlich, ich bin kreativ wie nie. Brüder und Schwestern, lasst uns beten. Brücke Y? Was? Herr aller Götter, bitte beschütze uns. Z muss ich drücken. Ah, da, ja. Bayern. Tanzen. So, das ist unglaublich und innovativ. Passt jetzt habe ich natürlich geschafft. Irgendwo ist jetzt aber noch... Da. Da. Da, da, da. Machst du vielleicht das Stück einer Tafel? Suchst du etwa die Arche? Du bist wie Ruden. Die Arche ist nur eine Legende. Das ist nur eine Legende. Tatsächlich nimmt man an, dass der Triport an demselben Material erschaffen wurde, als die Götter für den Bau der Arche verwendeten. Wunderschön, nicht wahr? Schau dir nur die wunderbare Aura an. Die perfekten Linien. Oh, entschuldige, ich rede schon wieder zu viel. Warum schaust du dich etwas um? Vielleicht findest du etwas Interessantes. Hast du etwas Besonderes gefunden? Wenn es dort einen Hinweis auf die Arche gäbe, wäre doch schon jemand darauf gestoßen, oder? Der Triporter ist ein Transportmittel, das verschiedene Orte miteinander verbindet. Mit anderen Worten, es ist der magische Teleporter. Mit M drücke M und du kannst dich mit dem Triporter sofort an einen anderen Ort teleportieren. Er muss sich nur auf dem derselben Kontinent befinden. Mit dem Triporter kannst du dich also nicht übers Meer reisen. Okay. Die Nutzung des Triporters kostet etwas Geld. Wenn du dir nicht die Hacken wund laufen würdest, solltest du immer etwas Geld dabei haben. Schau mich nicht so an. Ich mache die Regeln nicht. Das Geld landet sich in meiner Tasche. Es wird für die Erhaltung des Triporters verwendet. Passt. So, dann gehen wir mal da runter. Ich frage mich, was Neria wohl gerade macht. Wo sind jetzt Fragezeichen? Ich habe ja gar kein Fragezeichen. Nach oben. Die singt wieder rum da. Passt. Hallo. Was kann ich für dich tun? Möchtest du die Tafel über die Arche sehen? Ja. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Das Lied, das ich gerade spielte, bezieht sich tatsächlich auf die Arche. Es heißt das Lied der Flucht und es erlaubt den Singenden vor Gefahr zu fliehen. Wahnsinn, nicht wahr? Die meisten Leute tun die Archen als Märchen ab. Aber wir baden, erhalten die Legenden mit unseren Liedern am Leben. Schau, unten ist schon wieder was los. Geh weg jetzt. Inventar. Da habe ich zwei Notenblätter. Sammlerstücke. Ah, hier kann ich sammeln. Aha, okay. Jetzt habe ich Retramis. Habe ich schon einen gefunden. Okay. Und was noch? Abenteuer. Foliant. Okay, das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück fehlen hier noch. Ah, ich möchte keine Gilde beitreten. Raum der Erinnerung. Was ist das? Raum der Erinnerung. Ich habe schon ein Dings und null Dings. Okay. Jetzt freue ich mich später eigentlich, dass wir die Quests erstmal abschließen, bevor wieder ein Haufen offen ist. Oh, bei New World habe ich glaube ich auch immer den. Nein. Was betrifft ihr, um den Inventar zu öffnen? Und benutzt das Lotenblatt. Lied der Flucht. Sprich mit Bardin Sierra. Die Steinmetze vom Stammhügel könnten vielleicht helfen. Die Tafel. Steinmetz Arsul befasst sich mit der Angelegenheit rund um die Arche. Möge das Licht der Arche mit dir sein, Abenteuerin. Die Tafel. Schöne. 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 Vielen Dank.